Ja, hallo und herzlich willkommen zu Hellblade 2. Und wir sind ja wieder direkt in der Action, nämlich um den Kampf gegen die komische Riesen. Ich wohl noch den Namen vergessen habe. Okay, wir entscheiden, dass wir jetzt im richtigen Timing zur nächsten Säule rennen. Und los. So, wo ist die nächste? So, da sind wir wieder hoch. Ich habe gerade eben nochmal die Aufnahme kurz beendet. Weil, nach dem Moment, Leck hat irgendwie gesehen, der OPS hat rumgesponnen. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt die Einladung, konnte ich nur dranschneiden. Wenn nicht, dann nochmal willkommen zu Hellblade 2. Beim Bosskampf gegen die komische Riesen. So. Ich denke mal, die Säule, ich fand, die müssen wir eigentlich zu ihr hin. Ich vermute mal. Wir wollen ja, glaube ich, mit ihr reden. So. Mann, 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 Mann. Vor allen Dingen... Wird es wirklich Schaden machen, wenn wir da rauslaufen? Weil, wenn nicht so, dass hier ein gutes heißer Wind, ja, kann schon sein, was das Aua-Aua macht. Ähm, ist es da hin oder da drüben hin? Sind wir da drüben hin? Wann müssen wir da die Kette entfernen? Kann natürlich auch sein. Aber die so sehr präsent da rumleuchtet. Aber wie? Na ja, einfach draufschlagen. Wenn das funktioniert, die Kette kann ich einfach mit einem Schwertieb zerschlagen? Hm, ich weiß ja nicht. Eigentlich so pro Schatten ist es sicher, würde ich mal sagen. Okay, sie will anscheinend, dass wir ihr auch helfen. Lala. Wo ist hier denn die nächste Kette? Hier kann ich nicht langlaufen. Ach, da hinten. Aber hockt die eigentlich in der Lala drin? Nee, oder? Die ist auch so ein Felsen, die da. Au. Okay, seitlich laufe ich nicht ganz so schnell. Also, wenn ich so gucke und nach rechts und links laufe, kann ich nicht so schnell, wie wenn ich gerade sprinte. Ja, sie hockt da irgendwo aus dem Felsen in der Mitte. Ingun, I can help you. Ja, ja, In-In-Ingun. Die Tauger, ja, wo war euer Name, als Riesen. Rhythmus schnell mal, ja. Zum Glück ist jetzt hier der Abstand zwischen Säulen kürzer. Okay. Okay. Kommen wir jetzt von hinten an hier ran? An die ran? Wo ist denn? Boah. Ah, da hinten. Okay, voll. Langsam rollen muss, aber das reißt jetzt nicht mehr weg. Ja, das ist uncool. Wann, 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 wann. Ist das hier sicher? Ja, hier ist es. Die letzte Kette. Alle guten Dinge sind drei. Ne, anscheinend noch einer. Ich muss mich hier drüber balancieren. Ah, das wird bestimmt sehr, sehr heiß. Oh, hallo. Ich muss hier drüber. Schub zum Wegel weg. Und jetzt... Die brechen? Ja, die brechen. Okay, hier safe Run Kaputt, weiter Wäre auch cool, dass die gerade dann kaputt gehen Erst wenn ich dahinter stehe Also jetzt eskaliert sie aber Die letzte Kette Ich glaube, die bräuchte mal einen Exorzisten, ey Ja, eindeutig Sie ist aber nicht mehr so groß, ne? Ganz schön geschrumpft Okay, doch, sie ist doch noch ganz schön groß Und wenn Sie fail, Sie break Sie become monstrous Consumiert von Rage Grief No mehr Direkt versteinert Sie ist weg Sie ist weg All die Rage All die Angst All die Angst All die Grief All Die 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 Das war nichts. Diese Frau war kein Gott. Sie war schwach, wie Sie. Das verändert nichts. Ich muss nach Hause gehen. Will dein Vater uns befreit, wenn du ihm, was du gesehen hast? Ja. Er wird nicht weg von der Krieg. Er wird uns in das. Hier gibt es mehr als die Schmerz. Mehr als er kann verstehen. Keine Flüchtlinge. Keine Feier. Er ist ein Teil. Es ist ein Teil. Keine Flüchtlinge. Keine Flüchtlinge. Keine Flüchtlinge. Wir können kämpfen. Wir haben. Aber nicht an die man denkt. Keine Flüchtlinge. Ich habe keine Fahne gefunden. Ich hab einfach ein Teil von ihnen gesessen. Als ich die Flüchtlinge so kann. Und jetzt warte ich... Und wie wollen wir denn jetzt noch kämpfen? Ich dachte, die... Waren diese gewissen Nordmänner nicht das Volk von Sinua geopfert, damit halt die Riese nicht Amok läuft? Genau, keine Riesen mehr, keine Opfer mehr. Aber wegen, wie wollen wir denn jetzt kämpfen? Ja, vielleicht bist du richtig. Wir brauchen Essen und Hilfe. Und da ist ein Settlement nearby. Botherwig? Ja? Das ist ein Aufwunden ohne Klappzug. Keine Sorge. Die töten dich oder nicht? Sprich Ingots Namen aus und erlöse Iltauga von ihrem Zorn. Aha. Okay, ein bisschen freundlicheres Land. Zumindest ein bisschen mehr grün. Ja, wohin gehe ich? Dafür sind wir, wenn ich hier lang gehe. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Okay. Ich komme an eine Alpha Wand. Schade. Hätte sonst noch etwas kreativeres. Erhofft. Wasserfall. Ja, aber wo sind wir jetzt hin? Gehen wir jetzt vielleicht zu seinem Vater? Weil da ja irgendwie unser Volk versklavt wurde. Das kann sein, oder? Ich muss jetzt sagen, hier, wir kommen jetzt mit dem Sohnemann zurück. Lassen jetzt meine Leute frei. Halt. Halt. Something cold is here. Something cold is here. Something special. Hup. W- Seid jetzt da lang? Ja, da stehen die, okay. Dann gehe ich mal das Loch da rein. Kann ich da überhaupt rein? Ne, kann ich gar nicht. Okay. Da hat es ja wie so ein optionaler Weg, dass da vielleicht so eine... so eine säule ist oder irgendwo sowas aber es ist einfach nur ein felsen mit loch okay ist die andere seite vom felsen mit loch sagt sie mir was wenn ich es angucke wo sind die zwei mal hin schön ja aber wir sind ja allein Es fühlt sich an, wenn du dein Besten folgst, du wirst wissen, was zu tun. Hör auf dieses Ort, dieses Ort, an dem du gehst, die Schönheit der Erde. Auf die Sonne geschaut. Kann ich hier? Nee, hier kann ich nicht durch. Okay, gehen wir weiter. Oh, wo ist denn hier eine Siedlung, bitteschön? Da beim Wasserfall vielleicht, ne? Okay, hier sieht's aus, als würde hier der... Im Fluss runterfließen, weil ich so, ähm, wenn's im Frühling dann taut, dass das hier wie so Flussbetten sind. Wirklich schön, Jungs. An was soll ich mich jetzt erinnern? Wasserfall. Oh. Ist das ein Gesicht? Nee, hab hier noch, glaub ich, noch eingebildet. Aber es ist ein Durchgang. Ein Baum. So, vier Dinger fehlen uns noch. Okay, ob ne Wasserfrau. Platsch, 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 erstmal duschen. Guck, da oben ist ne Säule, oder? Ja. So, gucken wie ich da hin komme. Weil die war jetzt ja mit dem Rücken zu mir. Ah ja, okay, hier. So muss ich lang kommen. Oh, ist das jetzt der offizielle Weg? Okay, dann gehe ich mal da lang erst. Wir wollen ja hier nichts verpassen, ne? Und dann ist es wieder schön ein Wasserfall. Platsch, 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 platsch. So. Jetzt ist der wohnt ja bereit. Haben wir eine verpasst? Nein. 10.03. Okay. So, ich guck nochmal zum Wasserfall, ob es da noch was gibt. Nee, komme ich gar nicht näher ran. Okay. Aber hier, glaube ich, rechts neben der Säule ging da auch noch einen Weg lang. Oder ist das nur ein optionaler Weg zurück? Ah, jetzt kann ich hier runterspringen. Ja, gut. Ja, ja. Ob ich mir da jetzt so viel Wegsparung habe, ist auch fraglich. So, wo sind denn jetzt eigentlich die anderen Sphere hin? Warum sind denn die jetzt weg? Oder sind die einfach vorgesprintet? Noch mehr Wasserfälle. Schönen wieder. Ach, da sind sie auf einmal. Es ist schön. Ja, es ist. Und plötzlich fängt es an zu regnen. Nein. Nein. Was ist denn? Das ist nicht, was du denkst. Was dann? Was ist es? Ich weiß, es wird schwer zu glauben, aber du musst es wissen. Ah, es gibt mehrere Riesen. Ah. Ah. Oh. Wir haben eine Art von Borkowirkenau, um zu erzählen, um den Kordi zu verstehen, um ihn zu verstehen, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir wiederhörigen können. Er sagt die Wahrheit. Ich habe nicht gefragt, was du richtig gemacht. Schönen Sie den Mund, oder ich werde dir sehen. Sie ist besonders wichtig. Ich weiß, dass du keine Liebe für die Borken haben. Aber du kannst mir nicht vertraust. Wer ist das? Das ist das Ziel, Herr Stiller. Wir können übergehen. Wir können überwenden, was wir hatten. Was? Hat sie vertraut bei Barker? Wenn das ist wahr... Ja. Sie glauben Sie. Sie wollen Sie glauben. Sie versuchen Sie zu verstehen. Wenn das ist wahr, Sie, Senua, sag ich jetzt, Sie wird es getan. Sie sagen, es ist wahr. Sie sind entschuldig. Sie können Sie sagen. Sie wollen Sie glauben. 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 Sie wird uns glauben. Sie können Sie sehen, dass wir sie bringen. Wir auch. Okay. Groot, dann. Da ist ein gigant. Hier. Another gigant. Oh, no bad gigant. Er rohmet auf die Bühne und sinkt unsere Boote, uns aus dem Meer. And we're close to running out of food. More darkness. We can help these people. Kill it. We need to get to Borca. Please. Remember there are other people, we must save. I can not let more of my people die. Don't get distracted! Wir sollten ihn töten. Wir haben einen, aber es gibt eine ganze Land von ihnen. Wir brauchen die Praxis. Menschen werden sterben, wenn Sie nicht sterben. Es ist nicht möglich, dass Sie nicht sterben. Sanoa. Menschen werden sterben, wenn Sie hier bleiben. Wir sterben. Menschen werden sterben, wenn Sie nicht sterben. Sie müssen helfen. Jetzt ist es Zeit, Sanoa. Jetzt müssen Sie sich entscheiden. Sie können es. All right. Hold on to her. Wir werden sie helfen. Wir werden sie helfen. Harald. Sie müssen sie nach dem Settlementen. Und wir wollen sie helfen. Wir wollen sie helfen. Sanoa. Komm mit mir. Wir werden sie zeigen. Wir werden sie zeigen. Gerade eben so übel schön und jetzt richtig Sauwetter, ey. Aber für die Stimmung einfach. Richtig. Seid. Sie sind alleine. In ihrem Leben sie ist alleine. Nein. Nicht alleine. Nicht alleine. Nicht alleine. Doch in diesem alleinsten Ort sind sie andere. Ansonsten in der figuresentliche. Ansonsten in die Schmerzen zu haben. Ansonsten in der Licht für sie reste zu lassen. Ansonsten, die sie auf das Licht kreifen müssen. Gut, gehen wir mal hier, sonst quatsch ich mir die ganze Zeit wieder rein. Okay, jetzt weiß ich, das habe ich zumindest nicht verstanden, warum gegen wen die kämpfen wollen. Es gibt mehr als die Tyrellgarde, wie die hieß. Die war nur eine Riese von vielen. Und jetzt wissen wir halt, woher die Riesen kommen. Wahrscheinlich sind das alles irgendwelche, die mal einen Pack mit dem verbogenen Volk gemacht haben. Und dann halt von denen die Kräfte bekommen haben und dann abgedreht sind. Dann haben wir halt alle irgendwas verloren und wir müssen ihnen wahrscheinlich jetzt allen helfen, ihren Seelenfrieden zu finden. Jetzt mal so einfach ausgedrückt. Und es gibt halt mehrere Riesen und darum wollen wir jetzt in den Kampf ziehen mit den Leuten von dem Barbarian. Genau, von diesem komischen Typen da halt, von dem Sklavenhändler. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal den Riesen hier von der Küste an, der die Boote versenkt. Und dann danke ich dir immer fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.